hallo ich bin gottfried koch seit über 20 jahren mache ich studioarbeit produziere bands sänger und künstler schreibe musik texte und songs und verwirkliche auch eigene projekte wann immer ich mit musikern und bands zusammengearbeitet habe ging es mir stets darum mit ihnen zusammen zum kern ihrer musik vorzudringen und ihnen so zu ermöglichen ihr bestes zu geben es geht also nicht um mich sondern um euch und eure musik viele instrumente spiele ich selbst und weiß daher wie es sich anfühlt und was auf den instrumenten möglich ist und was nicht dazu kam aber auch in den vergangenen jahren die verbreiterung meines medialen angebots das betrifft die unverzichtbare komponente video und die arbeit und präsenz in den sozialen netzwerken abgesehen davon dass ich aus einer musikerfamilie stamme und mir musik als beruf von kindern vertraut war konnte ich in den vergangenen jahren in den verschiedensten studios erfahrungen sammeln in meinen eigenen in london in wien in berlin in münchen in lissabon in averu in saarbrücken und sogar in bielefeld das ging vom abbey road den bavaria fernsehstudios bis zum filmorchester babelsberg in potsdam musikalisch spannte sich der bogen von metal rock jazz blues folk liedermacher zu klassik chansons und schlage aber auch trance lounge und chill out sowie musik für film fernsehen und werbung stand für mich auf dem programm mein konzept zum artist development umfasst acht schritte erstens es gibt songs und eine ungefähre vorstellung von dem projekt zweitens wir erarbeiten ein konzept für den act und für die musik drittens wir schreiben songs oder wählen passende aus viertens wir erarbeiten arrangements und optimieren das songmaterial tempo tonart abfolge etc fünftens die produktion die klassische studio arbeit track laying gesangs coaching sehr wichtig sechstens der mix wir finden die richtigen verhältnisse den klang die effekte und so weiter siebtens beim mastering bekommt die produktion den letzten schliff machen wir entweder selbst oder geben es in die hände von bewährten spezialisten achtens wir erstellen ein promo paket mit electronic press kit communication tools und entwickeln eine strategie für die sozialen medien es gibt unendlich viele wege um in der musik von a nach b zu kommen es entstehen immer wieder neue rhythmen stile sounds bewertet wird neu und spannend interpretiert langweilig ist mir da in meiner arbeit noch nie geworden und eigentlich konnte ich bei jedem vorhaben etwas lernen und mit nach hause nehmen jetzt bin ich gespannt auf euch und eure projekte nutzt das kontaktformular meldet euch für den newsletter an danke fürs zuschauen und bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020